Eigentlich könnte er es nicht besser haben, aber momentan kommt für ihn wieder alles zusammen und knallhart. Und so rutscht er aktuell wieder in seine Depression ab. Er hat es im Moment wirklich nicht so leicht. Seine Musik macht Probleme und dann wurde aus seinem Auto noch seine Geldbörse geklaut. Das Wetter macht ihm zu schaffen und seine Ex-Frau will immer mehr Geld für seinen Sohn. Insgesamt alles nicht schön für ihn. Er macht sich große Sorgen, dass er, dass bald alles nicht mehr schaffen wird. Warum und wieso passiert das alles gerade das im Ausland und das alles teurer wird, das spürt auch er. Auch wenn er knapp 80.000 Euro pro Tag ausgeben muss vorher, waren es um 10.000 Euro weniger. Jetzt sitzt er oft zu Hause und denkt an früher. Er weiß gar nicht, ob er Musik machen soll oder auf was er Lust hat. Er schläft auch in der letzten Zeit immer schlechter und wacht in der Nacht oft auf. Aber er fährt bald wieder in den Urlaub, dann hofft er kann er alles vergessen.